Präsentiert vom Salzburger Lagerhaus Frühling, mitten im Winter, draußen ist der Schnee, ich freue mich aufs Skifahren, aber ich liebe auch die Frühlingsblumen. Herzlich willkommen bei Garteln in Salzburg. Hyazinthen, Krokusse, Narzissen, Tulpen und natürlich die Primmeln, die stehen jetzt in den Verkaufsabteilungen, warten darauf gepflanzt zu werden. Heute setzen wir eine Frühlingsblumenschale mit den Primmeln und alles was dazu gehört. Zum Abschluss wird die Erde abgedeckt und zwar mit Moos. Das schaut schön aus, ein bisschen so Tongranulat kann man drüber streuen, auch das bringt ein bisschen Farbe. Und diese Frühlingsschale ist etwas für einen kühlen Wintergarten oder ein Vorhaus. Noch nicht im Freien, da ist es noch viel zu kalt. Ein paar Äste zum Beispiel, ein bisschen Efeu kann man auflegen. Und all diese Pflanzen blühen wirklich wochenlang, wenn es nicht zu warm ist. Kann man dann später in den Garten hinaussetzen. Frühling in der Schale, das schaffen wir im Handumdrehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Garten.